Die erste Maischberger Sendung in diesem Jahr und man schießt natürlich ordentlich gegen die AfD. Tendenziell eher für ein Verbot, für eine Prüfung und tendenziell für ein Verbot. Eindeutig, eindeutig. Die NSDAP ist ganz regulär an die Macht gekommen. Das hier ist gewählt worden und hat dann dieses Land und Europa in Schutt und Asche gelegt, Millionen Menschen umgebracht. Wollen wir das zweite Mal, lernen wir aus der Geschichte etwa nichts? Das und vieles mehr, ich habe die wichtigsten Stellen zusammengefasst und wir fangen an mit Robert Habeck und der Fähre, was ist dort wirklich passiert. Ich habe den 17-minütigen Bericht des Landwirts, der mit dem Vollbart, ich weiß nicht wie der heißt, ein relativ junger Landwirt mit Vollbart, der hat wohl diese Demo angeführt. Da gibt es ein 17-minütiges Video. Das ist aber jetzt Misstrauen der Polizei gegenüber, ne? Jetzt warten Sie mal. Und der hat das folgendermaßen geschildert. Sie wollten mit Habeck reden, dann hat es geheißen, nein machen wir nicht, ihr könnt mit zwei Mann oder bis zu drei Mann an Bord kommen. Dann hat der Landwirt gesagt, dann haben wir gesagt, nur unter der Bedingung, dass wir dann diese Rede mitfilmen dürfen auf iPhone, weil nachher wird wieder alles Mögliche erzählt. Das wurde wieder abgelehnt. Dann haben sie gesagt, okay, wir gehen mit bis zu zehn Mann rein. Nein, zehn dürfen nicht. Dann haben sie gesagt, dann geh doch auf Bord und sprich rüber. Dann hat es geheißen, da könnte ein Scharfschütze auf dem Deich liegen und könnte hier mit dem Gewehr rüberschießen. Also er geht nicht an Bord. Es waren wirklich hauptsächlich friedliche Demonstranten. Einige hatten sogar kleine Kinder mit dabei. Man wollte unbedingt mit Robert Habeck sprechen. Sein Sicherheitspersonal hat aber davon abgeraten, an Land zu gehen. Dafür hat man angeboten, dass drei Personen mit auf die Fähre kommen können. Das wiederum wollten die Bauern filmen, was von Robert Habeck abgelehnt wurde. Dann schlugen die Bauern vor, dass Habeck sich wenigstens auf der Fähre zeigen könnte und mit einem Megafon zu ihnen sprechen. Was ebenfalls abgelehnt wurde, weil man wohl Angst vor einem Scharfschützen hatte. Und das wird dann in den Medien dargestellt. Habeck unterbreitete ein Gesprächsangebot, aber die Bauern lehnten ab. Stattdessen versuchten sie, gewaltsam die Fähre zu stürmen. Gleichzeitig ist es dennoch so, dass es Leute gibt, die permanent versuchen, solche legitimen Demonstrationen zu kapern. Und darauf muss man hinweisen, weil das sind Leute, die haben Umsturzfantasie. Immer wieder das gleiche Narrativ. Natürlich schließen sich den Bauern auch Menschen an, die mit der Ampelpolitik unzufrieden sind. Und bei so einer großen Demo wird man leider immer auch ein paar Extremisten finden. Aber die können doch nicht einen ganzen Staat stürzen. Was ist denn das für eine absurde Angst, die hier immer verbreitet wird? Und dass gerade von den Linken, die ja bei ihren Demos wirklich nicht zimperlich vorgehen. Mich wundert schon, dass gerade von grüner Seite hier jetzt so genau mit der Lupe hingeschaut wird. Wie waren denn viele andere Demos, wo die Grünen vorne wegmarschiert sind, wo es dann geheißen hat, weg mit diesem Bullenstaat. Und der Kapitalistenstaat muss gestürzt werden, ob es jetzt die Anti-Atom-Demos waren, ob es Umwelt-Klima-Demos waren, ob es Demos waren gegen das Polizeiaufgabengesetz und so weiter. Da sind die Grünen mit Extremisten in den Demos aufmarschiert. Da waren ganz andere Typen unterwegs. Und da hat niemand Angst gehabt, dass Umsturz kommt. Da waren viel radikalere Positionen. Ja, zum Beispiel auch die vier Personen aus der linken Szene, die vor zwei Tagen zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Sie haben am 1. Mai 2020 bei einer Querdenker-Demo auf ein Kamerateam des ZDF eingeschlagen und eingetreten. Hinterher entschuldigten sie sich. Man sei davon ausgegangen, es handele sich um Personen aus dem rechten Spektrum. Ach, dann wäre das wohl legitim gewesen, oder wie? Und bei einem Kamerateam der Öffentlich-Rechtlichen kann man wohl auch davon ausgehen, dass sie diesen Angriff nicht provoziert haben. Aber obwohl es sich hier eindeutig um linke Gewalt handelt, macht die ARD einen Tweet auf X mit der Überschrift Bewährungsstrafe nach Angriff auf ZDF-Team. Mit dem Hashtag Querdenker. Es ist gut, in dieser Situation einfach mal ein bisschen gelassener daherzugehen und nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Also das Öl ins Feuer hat die Ampel gegossen mit Agrardiesel und Co. Sonst würden die Bauern alle brav zu Hause sein und Waldarbeit machen, weil die genügend Arbeit haben mit dem Schneebruch und Windwurfholt. Und jetzt müssen die in der Früh, wenn der Boden gefroren ist, auf die Demo fahren, anstatt hier den Wald zu pflegen. Aber die sagen eben, wenn wir uns jetzt nicht zu Wort melden, dann hättet ihr uns nicht nur den Agrardiesel sofort gestrichen. Jetzt habt ihr es auf drei A gestreckt. Bis dorthin ist wahrscheinlich die Ampel abgewählt, bis die letzte Trasche eingesammelt wird. Ihr hättet uns die Kfz-Steuer aufs Auge gedrückt, ohne zu wissen, dass ich dann jeden Maishäcksler und jeden Anhänger hier mit Nummernschild und Steuer und Melden und Zeug, also das sind einfach politische, handwerklich massive Fehler, solchen Unsinn zu produzieren. Hätten die Bauern sich nicht zu Wort gemeldet, wer weiß, was euch noch alles eingefallen wäre. Wie der Herr Noripur dann noch zu viel Sand dabei lächelt. Herr Aiwanger kommt ja immerhin aus einer Bauersfamilie und kennt sich mit der Materie aus. Sie wollen hier ja ganz klar die Bauern für ihre eigene Unfähigkeit bezahlen lassen. Weil sie es nicht schaffen, trotz Rekordsteuereinnahmen von fast einer Billion mit dem Geld ordentlich zu wirtschaften. Stattdessen werden Milliarden im Ausland verteilt. Die paar Bauern, die wählen uns eh nicht. Denen nehmen wir das Geld. Aber bei Bürgergeld und so weiter werden wir uns nicht einig, weil da vielleicht die Grünen wieder dabei sind. Und das wäre mein Gegenfinanzierungsvorschlag. Das sind die politisch verschiedenen Modelle. Die Bauern sagen natürlich zu Recht, wir sollen Zusatzbelastungen hinnehmen. Und Leute, die arbeiten könnten und nicht arbeiten wollen, kriegen das erhöhte Bürgergeld. Da sagt jeder Bauer, geh doch bitte ans Bürgergeld. Schau, dass du die Ukrainer in Arbeit kriegst, die arbeiten wollen. Die kriegen alle das Bürgergeld. Das sind 5 bis 6 Milliarden. Und ihr rennt hier den Bauern hinterher wegen ein paar hundert Millionen. In Polen arbeiten nämlich zum Beispiel 71 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge. Und in Deutschland sind es irgendwie 17, 18 Prozent. Und ich will Ihnen das auch gar nicht vorwerfen, weil das System legt es ja direkt darauf an, dass man es ausnutzt. Kommen wir jetzt zum Lieblingsthema dieser Sendungen, der Diffamierung der AfD. Sie haben in der AfD natürlich mittlerweile auch schon Stammwähler. Sie haben auch ein wirklich ultra-rechtes Klientel, die jetzt AfD wählen. Sie haben aber auch tatsächlich Protestleute. Und das sind eben Menschen, die sagen, nee, ich bin kein Nazi. Ich bin vielleicht noch nicht mal ultra-rechts. Ich habe eine konservative Überzeugung. Und ich finde das, was die Ampel macht, schlecht. Also AfD-Wähler teilen sich in Ultra-Rechte. Der Begriff schon, was kommt eigentlich danach? Giga-Rechts? Terra-Rechts? Und dann haben wir natürlich die Protestwähler, die dann vielleicht noch nicht mal N-A-Z-I's sein wollen. Also nur zum Kontext. Sie meint, dass diese Protestwähler dann eben Bündnis-Sache Wagenknecht wählen könnten. Aber immerhin sagte zum Thema AfD-Verbot auch Folgendes. Wird die AfD dann tatsächlich verboten, dann, ja, die Leute sind ja da. Das heißt, es wird ratzfatzig eine neue Partei gründen, eine AfD 2.0. Und die wollen wir dann wieder verbieten. Also ich finde es auch echt undemokratisch. Also Respekt. Man muss sich ja heutzutage schon mit den kleinen Dingen zufrieden geben. Aber der Herr Lochthofen haut natürlich noch mal richtig rein. Können Sie es bitte ja oder nein? Ja, ich würde das prüfen. Auch im Interesse der AfD selbst übrigens. Ich vertraue erst mal den größten deutschen und höchsten Gerichtsseher. Das hat gerade gezeigt, dass es völlig unabhängig ist. Das hat der Regierung eine Klatsche versetzt. Hat ja die AfD mitgeklatscht. Also so ein bisschen infantil waren alle begeistert. 60 Milliarden gehen weg. Wir hatten alle von uns irgendwo geholt. Also wir müssen es ja bezahlen am Ende. Und es ist keine Schuldfrage. Aber ich bin dafür, dass man das anträgt dem obersten Gericht dieses Landes, dem Verfassungsgericht, dass es prüft, ob man sie verbieten kann und muss, weil einfach der Inhalt das hergibt. Die Argumente dagegen, die sind schwach. Dass 23 Prozent der Deutschen die AfD wählen würden, also fast ein Viertel der Bevölkerung, und ein Verbot absolut undemokratisch wäre, ist also ein schwaches Argument. Das ist mir der richtige Demokrat. Aber wenn ihr gedacht habt, das könnte man nicht toppen, nein, er setzt noch einen obendrauf. Die NSDAP ist ganz regulär an die Macht gekommen. Dass sie ist gewählt worden und hat dann dieses Land und Europa in Schutt und Asche gelegt, Millionen Menschen umgebracht. Wollen wir das zweite Mal? Lernen wir aus der Geschichte etwa nichts? Boah, er warnt wirklich davor, die AfD könnte Deutschland und Europa in Schutt und Asche legen und potenziell Millionen Menschen umbringen. Das ist wirklich eine neue Dimension der Diskreditierung. Dass sie eine Partei ist, die sich eben auch mal für die Interessen von Deutschland einsetzt. Die für Grenzkontrollen und Remigration ist. Weil eben durch so viele illegal hier Ankommenden das Sozialsystem ausgenutzt wird und daran zerbricht. Es funktioniert einfach nicht mehr. Jetzt kommt aber Sigmar Gabriel mit der wohl provokantesten Aussage der Sendung. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland ihre Lieferbereitschaft für Waffen und Munition reduzieren, dann wird Russland diesen Krieg gewinnen. Und dann Gnade uns Gott. Und unsere Kinder und Enkel werden das ausbaden. Warum? Wenn in Europa sich jemand wie Herr Putin mit einem Angriffskrieg auf einen europäischen Staat durchsetzen kann, wenn das wieder möglich ist in Europa, warum soll der dann eigentlich dabei aufhören? Wer sagt uns dann, was in 10, in 20 Jahren passiert? Das wird ein weit unsicheres Europa sein, weil sozusagen wir dann zurück sind im 20. Jahrhundert. Und das macht er ja. Er ist ja jemand, der mit den Ideen des 19. Jahrhunderts und den Instrumenten des 20. Jahrhunderts versucht, im 21. Jahrhundert eine Großmacht zu werden. Und ich will nicht, dass meine drei Töchter in einem Europa leben müssen, bei dem man nicht mehr sicher sein kann, ob nicht wieder einer kommt mit Panzern und Raketen und das nächste Land überfällt und wir dabei zuschauen. Und deswegen sage ich, auch wenn ich zu denen gehöre, die sagen, am Ende wird dieser Krieg natürlich, wie fast alle Kriege, am Verhandlungstisch entschieden und nicht auf dem Schlachtfeld. Wir müssen alles dafür tun, dass die Russen die Ukrainer nicht überrennen. Und deswegen müssen wir ihnen im Zweifel auch diese Waffen liefern. Ich finde es wirklich unglaublich, dass Frau Maischberger hier auch nicht einschreitet und mal nachhakt. Also mal davon abgesehen, dass sie hier ganz plakativ versucht, mit seinen drei Töchtern über die emotionale Schiene Angst zu schüren. Wir sehen doch offensichtlich, dass man diesen Krieg nicht mit Waffen beenden kann. Und das sagt er ja sogar selbst. Es muss hier endlich Verhandlungen geben. Welchen Grund sollte Russland haben, ein NATO-Land wie Deutschland anzugreifen? Das wäre der Anfang von einem Dritten Weltkrieg. Kann das wirklich nur so interpretieren, dass man hier noch mehr Angst schüren möchte, um weitere Waffenlieferungen zu legitimieren? Und dann muss er natürlich auch nochmal gegen die AfD schießen. Es wird wieder zwei Dinge geben, die weiß sind. Weihnachten und Deutschland. Das ist ja nicht ein blöder Witz, sondern das steht ja im Zusammenhang mit der AfD-Debatte über Umvolkung. Und das sind Rechtsradikale, die jedenfalls in diesen beiden Landesverbänden, da ist das gesichert, bei anderen ist das nicht so klar, aber in Thüringen und Sachsen wollen die Politik machen gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und gegen das, was wir früher die freiheitlich-demokratische Grundordnung genannt haben. Das sind die ersten 20 Artikel unserer Verfassung. Okay. Worauf er hier hinaus will, ist eine nicht öffentliche WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Stammtisch Pirna. Dort wurde von einem der etwa 30 Mitglieder ein Bild gepostet mit der Überschrift Zwei Dinge sollten immer weiß sein, Weihnachten und Deutschland. Wie der WDR hier schreibt. Und ja, das ist absolut abstoßend und klar rassistisch. Der Ersteller dieser WhatsApp-Gruppe ist Bundestagsabgeordneter bei der AfD. Aber er hat nicht dieses Bild gepostet. Und dieses Bild hat übrigens der Verfassungsschutz in Sachsen zum Anlass genommen, die AfD als gesichert rechtsextrem einzustufen. Ein Bild, von dem wir nicht mal wissen, ob derjenige, der es gepostet hat, überhaupt in der AfD ist. Er war nur in der WhatsApp-Gruppe, die ein AfD-Mitglied erstellt hat. Und ja, leider werden natürlich gerade Randparteien eben immer auch extreme Ansichten anziehen. Dafür hat die AfD aber auch eine Unvereinbarkeitsliste, um das so weit wie möglich zu reduzieren. Sozusagen, dass man als Konsequenz eine Partei wählt, die das Ziel hat, die freiheitliche Grundordnung dieses Landes zu beseitigen. Und die sozusagen Vorstellungen hat, die zurückgehen in eine Partei, die Deutschland und die halbe Welt mal in den Ruinen geführt hat. Das finde ich, da muss man Bürgerinnen und Bürger an ihre Verantwortung erinnern. Es geht nicht immer nach dem Motto, alles, was ich an Blödsinn mache am Wahltag, hat die Politik zu verantworten, die was gemacht hat, was mir nicht gefällt hat. Sondern wenn man sich gegen dieses Land wendet mit seiner Stimme, dann ist man selbst dafür verantwortlich, wenn dieses Land kaputt geht. Und nicht irgendwer in der Politik, der mal irgendeine falsche Entscheidung über irgendein Heizungsgesetz getroffen hat. So, das ist der Appell an die Wähler. Tja, wir hören's. Das ständige Herunterbeten des Narrativs scheint wunderbar zu funktionieren. Publikum ist sich jedenfalls einig. Mal sehen, ob überhaupt noch was übrig ist, was die AfD kaputt machen könnte, wenn die Grünen noch lange regieren. Wenn's gefallen hat, gerne ein Abo dalassen und vielleicht habt ihr auch Lust, über eine Kanalmöglichtschaft nachzudenken. Bis zum nächsten Mal.